Aarons Armbrust verfügt über rotierende Klingen, eine Armbrust und zwei Raketen, um es mit dem Gigaschnapper Nr. 307 und dem Cyberschnapper aufzunehmen. Benutze die Absatzfunktion an Aarons Armbrust, um Robins Ritterchopper abzuladen und losdonnern zu lassen, der über zwei Shooter verfügt. Hole ihn dann rechtzeitig wieder an Bord, um schnell zu entkommen. Dieses Unterhaltungsspielzeug für Kinder enthält drei Minifiguren und einen Cyberschnapper als zusätzliche Figur sowie drei Schilde zum Scannen. Enthält drei Minifiguren, Aaron, Robin und den Gigaschnapper Nr. 307 sowie einen Cyberschnapper als weitere Figur. Aarons Armbrust verfügt über eine Absatzfunktion, zwei rotierende Klingen, ein Minifiguren-Cockpit, zwei Raketen und einen Schildhalter. Robins Ritterchopper ist mit zwei Shootern und einem Schildhalter ausgestattet.